Ja, servus Leute, ich bin zwar wieder, euer JB und willkommen zu einem neuen Commentary auf meinem Kanal und heute mal eine Runde Gun Game auf Nuketown. Ja, ich weiß, zur Zeit gibt es viele Nuketown Gameplays, aber das war eigentlich nur ein Zufall und ich hatte etwas Glück, dass es mal einen Server gab, auf dem noch ein Waffenspiel gespielt wurde, weil das spielte ja fast keine Sau mehr, zumindest auf dem PC. Finde ich ziemlich schade, aber ich habe trotzdem eine Lobby gefunden und zum Modus muss ich ja nicht viel sagen, 20 Waffen, wer zuerst alle durch hat, hat gewonnen. Und ja, heute wollte ich eigentlich nur in diesem Commentary über FIFA Ultimate reden. Ja, ich habe ja mal dieses Projekt angekündigt, eine Million Coins unter ein Päckchen ziehen und dies und das. Das war ja mal etwas aktuell und dann habe ich das irgendwie liegen gelassen und ich habe da jetzt seit den letzten drei Wochen wieder aktiv dran gearbeitet, die letzten zwei Wochen. Und ja, ich wollte euch da nochmal aktuell aufklären, wie weit ich da bin und was da jetzt auch demnächst passiert. Und zwar bin ich jetzt aktuell bei 600.000 Münzen, also mir fehlen noch 400.000 Münzen und ich möchte nicht mehr allzu lang warten, weil ich oft gefragt werde, wie sieht es denn aus, wann gibt es denn endlich das Päck Opening? Und aktuell gibt es ja auch, man, immerzu aktuell gibt es ja auch, denn es gibt ja zur Zeit diese blauen Karten, Ultimate Team, also diese seltenen Team of the Year Karten, die von der Community gewählt wurden und die sind eigentlich richtig gut und auch schon etwas wert. Und das heißt, ich werde jetzt am Sonntag, irgendwie Nachmittag oder so, werde ich dann alle Münzen, die ich bis dahin gesammelt habe, ich denke immer so 650 schaffe ich vielleicht noch über das Wochenende oder bis morgen halt, werde ich für 650.000 ziehen. Ja, warum nicht für eine Million? Wie gesagt, das dauert es uns noch ein wenig und vielleicht schaffe ich es ja doch, indem einige jetzt sagen, okay, ich spende dir irgendwie 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 oder so, dann würde ich es auch schneller schaffen, wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, dann ziehe ich halt in Anführungszeichen nur für 600.000, aber auch eine immense Summe und ja, vielleicht habe ich da etwas Glück und ich ziehe etwas Gutes und kann dann nochmal irgendwie 400.000 Münzen ziehen und dann habe ich auch so gesehen die eine Million Münzen, nur damit ihr Bescheid wisst, also morgen werde ich ziehen, eventuell mache ich auch einen Livestream dazu, muss ich mal schauen, wie ich das schaffe und ob das überhaupt hinhaut mit meiner Leitung, wenn nicht, nehme ich es natürlich live auf und werde es dann eventuell morgens schon hochladen oder erst am Montag, also dürft ihr euch schon mal auf ein paar FIFA-Pack-Opening-Videos freuen und ja, also wie gesagt, wenn ihr auf dem PC spielt, ultimately, und möchtet etwas dazugeben, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, ist kein Muss, sei ja gesagt, ich zwinge euch nicht dazu, ist jeden frei überlassen, dann schreibt mir, bester IPN, dann klären wir das darüber, können nämlich etten und dann stelle ich ein Spieler rein, dies und das und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer JB, das Gameplay endet 21 zu 7, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, vergesst nicht zu bewerten, bis zum nächsten Mal.